Auftakt zum ersten deutschen Gipfeltreffen im Fußball-Europacup Bayern München gegen Dynamo Dresden. Zum ersten Mal treffen also die beiden Meister der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik in einem der großen internationalen Bewerbe aufeinander. Bayern München in den ganz dunklen Dressen von links nach rechts spielend im Münchner Olympiastadion. Ein relativ enttäuschender Besuch, ich würde sagen nur etwa 45.000 bis 50.000 Zuseher. Man hat eigentlich ein volles Haus erwartet, aber vielleicht ist das Publikum aufgrund der schlechten Leistungen der Bayern noch etwas unzufrieden, Kopfball von Müller, an die Stange, das heißt über die Querlandetat. Blitzschnell, Gerd Müller also schon in der ersten Minute seine Gefährlichkeit unter Beweis gestellt, der Bomber der Nation. Die Aufstellung der beiden Mannschaften, zunächst die von Bayern München. Die Münchner müssen ja auf zwei ihrer Stammspieler verzichten, nämlich auf die beiden verletzten Kapellmann und Breitner. Bayern spielt mit Meier im Tor in der Verteidigung mit der Nummer zwei Hansen, der Nummer vier Schwarzenbeck, Nummer fünf wie gewohnt Kapitän Franz Beckenbauer und Nummer drei Dürnberger anstelle von Breitner. Im Mittelfeld dann Rot, Zobel und Hoeneß, Rot sechs, Zobel acht, Hoeneß zehn und vorne Gersdorf elf, Müller neun und Hoffmann sieben. Freistoß für Dynamo Dresden. Auf Dresden muss auf seinen besten Spieler sogar verzichten, auf Spielmacher Kreische, der sich im Länderspiel der Deutschen Demokratischen Republik gegen Rumänien Ende September am Knie so schwer verletzt hat, dass eine Operation notwendig war und er fällt deshalb für den Rest dieser Herbstsaison aus. Beckenbauer. Höneß. Helm. Fehler von Hansen, Hefner. Dörner. Beckenbauer. Beckenbauer. Gersdorf. Gersdorf ist jener Mann, der im letzten Meisterschaftsspiel gegen Kaiserslautern ausgeschlossen wurde. Er wurde aber vom Deutschen Fußballbund nicht weiter gemeldet an die UEFA und kann deshalb hier in diesem internationalen Spiel, in diesem Europacup-Spiel eingesetzt werden. Nun zur Aufstellung von Dynamo Dresden im Tor mit Boden, mit der Nummer 1 in der Verteidigung, mit Helm Nummer 8, Dörner Nummer 3, Geier Nummer 4 und Wetzlich Nummer 5. Im Mittelfeld Hefner Nummer 6, Schade Nummer 7 und Ganserer Nummer 2 und im Angriff mit Nummer 9 Heidler, mit Nummer 10 Rau und mit Nummer 11 Sachse. Schiedsrichter der Begegnung ist der Schiedsrichter der Begegnung. Schotte, Robert Holley-Devitsen. Schotte, Robert Holley-Devitsen. Hoeneß. Schwarzenbeck-Beckenbauer. Dürnberger. Beckenbauer. Müller. Schiedsrichter Devitsen zeigt weiterspielen. Häfner. Rau. Für Bayern München geht es in diesem Spiel um sehr viel, nicht nur um das Prestige hier im deutschen Gipfeltreffen, zumindest auf dem Fußballfeld, sondern vor allem darum, die schlechten Leistungen der Vergangenheit doch wieder vergessen zu machen. Es gab auch vor diesem Spiel eine lange Aussprache zwischen Trainer, Vorstand und Spielern, wobei die Spielervertreter Beckenbauer, Meier und Müller herangezogen wurde. Und Beckenbauer als Sprecher der Mannschaft meinte, es soll zu keinen Änderungen kommen. Wir stehen weiter zu unserem Trainer, wir müssen alle nur jetzt noch fester zusammenhalten. Und man diskutierte also die vielen Ursachen, die zu den momentanen etwas enttäuschenden Leistungen von Bayern München in den letzten Wochen geführt haben können. Gersdorf. Und Eckball. Erster Eckball in diesem Spiel für Bayern München. Und abgewehrt von Boden bei diesem Kopfball von Gerd Müller. Zum zweiten Mal war also Gerd Müller mit dem Kopf richtig zur Stelle und hat seine Gefährlichkeit unter Beweis gestellt. Gerd Müller hat auch im Europa Cup bereits sehr, sehr viele Tore erzielt in 35 Spielen, 34 Tore. Hoffmann Beckenbauer. Beckenbauer. Aber auch Beckenbauer kann einmal ein schlechtes Abspiel eben passieren. torhüter klaus boden 22 jahre alt einer der jüngeren spieler in der mannschaft des meisters der deutschen demokratischen republik die ersten sieben minuten dieses spieles also torlos vergangen bei bereits doch einer klaren überlegenheit der bayern und zwei echten möglichkeiten einem herrlichen kopfball von müller gleich in der ersten minute weil balancierte oben auf der querlatte und dann einen kopfball beim beckball von hohnes ebenfalls von müller der kopfball helm hansen und dresden wirft ein die mannschaft wird von etwa 1000 schlachten bummler unterstützt hier im olympiastadion ganz herrer etwa 1000 schlachten bummler sind heute mittag mit zwei sonderzügen aus dresden hier nach münchen gekommen gleich nach dem spiel geht es wieder zurück in die ddr das interesse für dieses spiel ist auch im ausland recht groß immerhin haben insgesamt neun ausländische fernsehnationen dieses spiel in ihr programm aufgenommen darunter interessanterweise eine große zahl von afrikanischen ländern unter anderem auch die elfenbeinküste schade hefner brau freistoß für dynamo dresden fast jede aktion im aufbau läuft über franz beckenbauer rot und helm hat geklärt torabstoß vom tore der dresdner momentan ist dynamo dresden in der punktekampagne der deutschen demokratischen republik auch nicht besonders günstig postiert nach den ersten runden liegt die mannschaft nur an sechster stelle ein ähnlicher fall wie bei bayern münchen die bayern liegen jetzt an vierter stelle schade und rot schwarzenbeck dürnberger er ist ja eigentlich ein gelernter flügelstürmer kommt aus freilassing hat sich aber der not gehorchend auch als abwehrspieler entwickelt der not gehorchend da eben mit kapellmann und mit breitner zwei außenverteidiger durch verletzungen ausgefallen sind beckenbauer beckenbauer müller und henz wird reklamiert von den bayern aber schiedsrichter davidson hat abgewunken keine spielunterbrechung keine spielunterbrechung das war allerdings auch sicherlich ein angeschossener ball aber es hat schon solche fälle gegeben wo in ähnlichen situationen der schiedsrichter auf den ominösen punkt gezeigt hat dürnberger schwarzenbeck und fast wie ein befehl so sieht es aus für die anderen spieler in der abwehr jeder ball über beckenbauer geier eduard geier helm rau und die große möglichkeit tor 1 zu 0 für dinamo dresden sachse reiner sachse mit der nummer 11 blitzschnell zur stelle und ich glaube torhüter meyer war nicht sehr glücklich in dieser aktion ganz herr hat das sehr geschickt gemacht hat allerdings dann den ball weit zurück gespielt sodass meyer keine besondere möglichkeit gehabt hat zum eingreifen vielleicht gibt es von diesem tor eine wiederholung jedenfalls eine kalte dusche für bayern münchen hier im olympiastadion torschütze also links außen sachse in der dreizehnte minute ja die ominöse dreizehnte minute wurde hier bayern münchen im ersten abschnitt dieses spieles zweifellos also zum verhängnis der sachse sachse hat also eingeschossen 1 zu 0 für dinamo dresden schön gemacht allerdings vom spielmacher von ganzer müller aber nur ein lockerer schuss aber dieses tor hat gezeigt dass bayern aus dieser krise in der sich die mannschaft befindet noch lange nicht herausgefunden hat denn die abwehr war war hier wirklich offen es war ein grober abwehrfehler das hätte niemals passieren dürfen dass sachse so freistehend zum schuss kommt geier heidler heidler dörner schade hefner dieses 1 zu 0 für dinamo dresden hier in münchen bringt natürlich jetzt völlig neue perspektiven denn man hat hier doch gedacht dass dinamo dresden hier eher darauf aus sein wird ein möglichst knappes resultat zu halten möglichst mit einer knappen niederlage zurück nach dresden zu fahren denn die mannschaft ist ja besonders heimstark das hat in der ersten runde vor allem juventus turin verspüren müssen als die italiener mit 0 zu 2 in dresden unterlagen und nicht die geringste chance in diesem spiel hatten und umständen nach hätten höher verlieren können rau hefner heidler heidler indirekter freistoß hr ui hohnes 0 消 0 0 0 0 Schwarzbeck, Beckenbauer, sehr geschickt, gestaffelt steht momentan die Abwehr von Dresden am eigenen Strafraum. Dürnberger, die große Möglichkeit, jawohl, Ausgleich, 1 zu 1, Torschütze Hoffmann. Hoffmann hat hier den Ausgleich erzielt in der 17. Spielminute, 1 zu 1 also. Vier Minuten nach dem 1 zu 0 für Dresden der Ausgleich für Bayern München durch Hoffmann. Und auch hier gab es zweifellos Unsicherheiten in der Abwehr von Dresden. Plötzlich war Hoffmann frei und die ganze Aktion, die zu diesem Ausgleich geführt hat, kam wieder aufgebaut von rückwärts über Franz Beckenbauer. Hefner Sachsen Hefner Rau Und wieder Abwehrfehler, Heidler ist frei und Meier Hoeneß Hoeneß, jener Mann, der in den beiden Länderspielen der Bundesrepublik gegen Österreich und Frankreich zu den Besten seiner Mannschaft gezählt hat und jedes Mal einen enormen Radius im Spiel gehabt hat, viel Druck hinter die Aktionen gelegt hat. Beckenbauer Und der jener Mann auch hier in der Bayern-Mannschaft ist, der zweifellos vielleicht der kraftvollste Spieler ist. Beckenbauer Er ist sicherlich, nicht nur sicherlich, er ist der eleganteste. Dürrenberger Beckenbauer Hansen Gersdorf Hoffmann Willi Hoffmann Schade Geier Rot Beckenbauer Beckenbauer Dürrenberger Sachse Hoeneß Hoeneß Hoffmann Hefner Hefner Raul Hefner Heidler Heidler Und Meier Die Abwehr Die Abwehr der Bayern ist verwundbar Hefner Rau Schade Rau Hens hat Schiedsrichter Davidson entschieden, Gersdorf hatte den Ball mit der Hand weitergespielt, Freistoß für Dynamo Dresden Schwarzenbeck Hoffmann Geier Hefner Fehler von Gersdorf Ganz ihrer Er hat das erste Tor aus einer ähnlichen Situation eingeleitet Und Einwurf für Dynamo Dresden Hartmut Schade Ein 26-facher Jugendnationalspieler der DDR Der jüngste Mann in der Mannschaft mit 18 Jahren Schön gemacht von Gansera Und auch von Uli Hoeneß, aber es gibt Eckball Eckball Nummer 1 für Dynamo Dresden Je ein Eckball bisher In diesem Spiel Helm Schwarzenbeck Sonderbewacher für Gerd Müller ist der Mann mit der Nummer 5 Wetzlich Sie haben den Schatten von Müller jetzt Bei dieser Aktion gesehen Fast kein Meter Spielraum für Gerd Müller Aber dennoch war bisher Müller zweimal bei Kopfbällen sehr gefährlich Schwarzbeck Schwarzbeck Bayern München kam über den Schwedischmeister Ott Witterberg in die zweite Runde Allerdings mit sehr viel Mühe Es gab ein 3 zu 1 im ersten Spiel in München Und ein 1 zu 3 im Rückspiel in Ott Witterberg Und im Elfmeterschießen waren dann die Bayern die Glücklicheren mit 5 zu 4 Haben sie dann dieses Elfmeterschießen gewonnen Und sind eben jetzt in der zweiten Runde gegen Dynamo Dresden Hansen Zu steil Ott Witterberg ist übrigens jene schwedische Mannschaft Bei der früher Ralf Edström und Roland Sandberg gespielt haben Sie werden meine Damen und Herren diese beiden Spieler in eher unliebsamer Erinnerung haben Denn die beiden waren wohl die Hauptschuldigen dafür Dass Österreich wahrscheinlich bei der Weltmeisterschaftsendhunde nicht dabei sein wird Die beiden waren die Stützen der Mannschaft Die uns in Würdeburg im für uns wahrscheinlich entscheidenden Spiel mit 3 zu 2 besiegt haben Allerdings gegen Bayern München waren beide nicht mehr dabei Edström spielte inzwischen bei Eindhoven in Holland Und Sandberg in der Bundesliga bei Kaiserslautern Beckenbauer Hansen Schwarzenbeck Man hat immer wieder so das Gefühl Man will In jeder Situation Beckenbauer anspielen Und er Er sucht dann immer wieder Müller Aber Müller Wenn er zugedeckt wird von 2 Manchmal 3 Spielern Dann kann er eben nicht so zum Zug kommen Und Tor Tor 2 zu 1 für Bayern München Torschütze war die Nummer 3 Dürnberger Das war jetzt überraschend meine Damen und Herren Diesen Schuss hat man erst im letzten Moment erkennen können Dass er so scharf ist Er kam aus dem Ansatz heraus Blitzschnell und Dürnberger hat eingeschossen in der 28. Spielminute Also 2 zu 1 2 zu 1 für Bayern München Das war genau die 26. Spielminute Hier im Olympiastadion von München Und Dürnberger hat mit diesem Schuss aus dem Hinterhalt Sicherlich auch Torhüter Boden Im Tor von Dynamo Dresden überrascht Der Ball sprang von der Stange Von der Innenstange ins Tor Jedenfalls 2 zu 1 für Bayern München Hoeneß Wieder gefährlich Schwarzenbeck Dürnberger Zobel Und seit dem Ausgleich sind die Bayern wieder Mit Elan bei der Sache Mit viel Druck Und in den letzten Minuten Doch wieder eine klare Überlegenheit für Bayern München Und dieses 2 zu 1 Das durch Dürnberger herausgeschossen wurde Entspricht sicherlich Den bisher gezeigten Leistungen Die technisch bessere Mannschaft ist Bayern München Das hat man aber auch vor dem Spiel fast angenommen Von Dynamo Dresden Hat man ja allgemein vor allem einen großen Kampfgeist Und ein konditionelles Durchhalten bis zur 90. Minute erwartet uns Das Spiel dauert ja noch sehr lange Es kann sich also noch viel tun Wetzlich erst der Schatten von Gerd Müller Boden Hefner Dörner Höfner Höfner Dörner Dörner Und Schwarzenbeck Höfner 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 Noch immer Uli Höfner 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 Er suchte einen freistehenden Spieler aber dann Schlechtes Abspiel Rau Höfner Noch zwölf Minuten in der ersten Spielhälfte. Helm, Schade, Dörner. Heidler, Helm, und Kopfball von Sachse, und Tor, Tor, Ausgleich, wieder weiß Sachse, 2 zu 2. Das ist überraschend, dass Dynamo Dresden wieder nach dem 2 zu 1 der Bayern so schnell die Kraft gefunden hat, um hier den Ausgleich zu erzielen. Also ein etwas überraschendes Resultat jetzt gegen Ende der ersten Spielhälfte, 2 zu 2 zwischen Bayern München und Dynamo Dresden. Torschütze wiederum linksaußen, Rainer Sachse, 23 Jahre ist er alt und vom Beruf Diesel-Lock Schlosser. Er hat also 2 Treffer hier bereits erzielt und er war auch erfolgreich einmal gegen Juventus Turin und zwar im 2. Spiel in Turin. Und diese 2 Tore können natürlich dann in der Endabrechnung gerade im Europacup von Goldes wert sein, denn auswärts erzielte Tore, die wiegen ja bei Torgleichheit eben doppelt. Aber noch kann man hier ja keine Prognosen abgeben, aber immerhin eine vorerst sehr gute Ausgangsposition noch während der ersten Spielhälfte. Hansen, Müller und abgewehrt dieser Schuss von Zobel von Torhüterboden. Sachse, Gersdorf. Schade. Rau. Hoeneß. Becbauer. Roth. Müller, in der typischen Müller-Art, so hat er gegen Österreich ungefähr das erste Tor geschossen, allerdings nur in der Situation der Ballannahme, damals war ja Schmidradner sein Bewacher, mit dem Rücken zum Tor stehen, den Ball annehmen, blitzschnell umdrehen und aus der Drehung schießen, Thürnberger. Schwarzenbeck, Hansen. Einer der sieben Nationalspieler bei Bayern München, Hansen allerdings ein dänischer Nationalspieler, Beckenbauer, Müller, Beckenbauer, der ärgert sich aber. Beckenbauer meint ja auch über dieses Spiel in seiner Club-Zeitung in Bayern-Echo, dass von ihm herausgegeben wird, dass die Mannschaft von Dresden große Fortschritte gemacht hat in den letzten Jahren, und dass es sicherlich ein sehr schweres Spiel für Bayern München werden wird. Damit hat er auf alle Fälle recht gehabt, denn 2 zu 2, knapp vor Ende der ersten Spielhälfte, das ist ein Resultat, mit dem die Bayern hier sicherlich nicht gerechnet haben. Beckenbauer, Dürnberger, und wieder wetzlich gegen Müller also, gut aufgehoben Müller, und der hat sogar noch Kraft zum Schuss. Hoffmann, und dann Foul. Foul gegen Helm. Freistoß für Dynamo Dresden. Geier. Helm. Dörner. Dörner. Dörner hat 8 Monate nicht gespielt, er erkrankt an Gelbsucht, und ist jetzt erst 14 Tage wieder in der ersten Mannschaft von Dynamo Dresden. Wieder spielt man jetzt schon auf Zeit bei Dynamo Dresden, auf Ball halten. Geier. Geier. Es war kein weltbewegendes Spiel, das Dynamo Dresden hier geliefert hat vorerst, aber es war ein sehr zweckmäßiges Spiel. Und letzten Endes kommt jetzt eben darauf an, mit welchem Mittel man dann Erfolg hat, und Dresden hat das hier sehr geschickt gemacht. Das Spiel hat vorwiegend Bayern München gemacht, aber in entscheidenden Phasen war Dresden eben dann auch zur Zukunftstelle, und die zwei Tore haben ganz deutlich die Gefährlichkeit der Mannschaft der DDR unter Beweis gestellt. Aber auf der anderen Seite auch gezeigt, dass die spielerische Krise bei Bayern München nach wie vor anhält. Fünf Minuten noch in der ersten Spielhälfte. Zwei zu zwei zwischen Bayern München und Dynamo Dresden. Häfner. Schade. Rot. Schwarzenbeck. Und sicher Beckenbauer. Ja, Beckenbauer. Schwarzenbeck. Aber jeder wartet. Und Rau. Wetzlich. Ganzhera. Und Rau. Die Möglichkeit. Tor. Jawohl. 3 zu 2 für Dynamo Dresden. Heidler. Der kleine Gerd Heidler. Der Mann mit der Nummer 9, glaube ich, hat eingeschossen. Nach einem wunderbaren Abspiel wieder von Ganzhera, dem Spielmacher von Dynamo Dresden, der das Spiel immer nach links hinaus verlagert, auf die linke Seite. Und immer wieder ist ein anderer Spieler von Dresden dann vorne als Spitze. Und dieses Rougieren der Sturmspitzen von Dynamo Dresden hat zweifellos die Abwehr von Bayern München durcheinander gebracht. Und 3 zu 2 für Dynamo Dresden jetzt zwei Minuten vor dem Ende der ersten Spielhälfte gegen Bayern München. Torschütze Heidler. Also zweimal Sachse und einmal Heidler waren die Torschützen für Dynamo Dresden. Hoffmann und Dürnberger bisher für Bayern München. Also fünf Tore bereits in der ersten Spielhälfte Müller. Und wenn man diese Tore und diese fehlende Abwehr gesehen hat, dann wird einem eigentlich auch verständlich, wie man in der Meisterschaft zum Beispiel im letzten Spiel innerhalb von 24 Minuten sechs Tore bekommen hat. Denn das hält man an und für sich sonst bei einer Mannschaft wie Bayern München für unmöglich. Aber es war so, 4 zu 1 haben die Bayern gegen Kaiserslautern geführt und mit 7 zu 4 wurden zum letzten Endes dann noch vom Platz gefegt. Boden. Jedenfalls eine sehr interessante Taktik, die sich der Trainer von Dynamo Dresden, Fritschk, ausgedacht hat. Und das Spiel läuft dann in der entscheidenden Phase immer wieder über Spielmacher Gansera, über Linksaußen. Und er spielt dann zu einem freistehenden Spiel in der Mitte ab. Und hier wechselt man sich so geschickt ab, dass die Bayern-Abwehrspieler anscheinend hier nicht immer im richtigen Erfassen der Situation mitkommen. Sonst könnte es nicht so passieren, dass jedes Mal ein Spieler von Dynamo Dresden im Strafraum der Bayern so frei zum Schuss oder zum Kopfball kommen kann. Hoffmann. Geil. Nur mehr wenige Augenblicke in der ersten Spielhälfte. Dörner. Höneß. Helm. Ein modern spielender Außenverteidiger und Einwurf für Dresden. Jeden Augenblick muss der Pausenpfiff von Schiedsrichter Davidson erfolgen. 3 zu 2 führt Dynamo Dresden im Olympiastadion von München gegen Bayern München zum Ende der ersten Spielhälfte. In der zweiten Spielhälfte spielt nun Bayern München von rechts nach links. In den ersten 15 Minuten gab es keine besonderen Möglichkeiten für Bayern. Dynamo Dresden hat den Ball zumeist geschickt in den eigenen Reihen gehalten und mehr als zwei Eckbälle haben für Bayern München bisher nicht herausgeschaut. Die Bayern haben ihre Mannschaft verändert und zwar spielt nun anstelle von Gersdorf mit der Nummer 13 der junge Mann Hadewitz, der erst in dieser Saison zu Bayern München gekommen ist. Der von einem unterklassigen Verein ähnlich wie zum Beispiel Breitner, der allerdings heute wegen Verletzung nicht mit dabei ist, gekommen ist. Hoffmann, Müller und Dörner. Man hat fast das Gefühl zu Beginn dieser zweiten Spielhälfte gehabt, als wäre Dynamo Dresden aufgrund der drei Treffer viel selbstbewusster noch geworden als in den ersten 45 Minuten. Die Mannschaft hat einige Male sehr kraftvoll und druckreich angegriffen und hat Torhütermeier zweimal ordentlich unter Beschuss genommen. Bei den Bayern überhassten sich langsam aber sicher die Aktionen und auch Franz Beckenbauer blieb nicht verschont von der Nervosität rund um ihn herum. Auch ihm sind einige Abspiele misslungen. Dörner. Schade. Und immer wieder ist einer frei. Rau. Was könnte man sagen, dieses Art Ziehharmonikaspiel von Dynamo Dresden, das sich einigeln und wieder blitzschnell auseinanderziehen mit blitzschnellen Positionsänderungen, das macht den Bayern-Spielern am meisten zu schaffen und die Abwehr von Bayern wankt und wankt. Meier. Denn niemand weiß so recht, wer nun sein direkter Gegenspieler ist. Wetzlich. Schwarzbeck. Und kaum wird der Ball verloren, dann heißt es blitzschnell zurück, alle Mann in die eigene Hälfte. Müller. Und Hoffmann. Das kann kein Tor sein, das muss abseits sein. Es muss natürlich abseits sein, denn Hoffmann stand ganz klar abseits. Schade, dass es keine Wiederholungen gibt, aber es war ganz eindeutig die Situation. Schiedsrichter Davidson hatte hier keine andere Wahl. Schiedsrichter Davidson hat übrigens schon vor vielen Jahren, es sind jetzt mittlerweile elf Jahre vergangen, ein Spiel von Bayern München geleitet. Damals noch im Messestädte Cup. Tramcordia Dublin gegen Bayern München. Damals gab es keinen Bayern-Erfolg. Dublin gewann mit 1 zu 0. Beckenbauer. Beckenbauer. Am Boden, an der Outlinie scheint die Nummer 11 der zweifache Torschütze Sachse momentan behandelt werden. Werden Hansen, Beckenbauer. Immer wieder versucht man das Doppelbauspiel, aber das klappt heute nicht. Am Boden. Dörner. Dörner. Dörner, die natürlich heute Spieler auch aus der DDR genauso kennen und können wie andere, wie Spieler aus Südamerika. Vielleicht haben sie es aber auch gelernt in Südamerika, denn die DDR war ja auf einer Südamerika-Tournee vor einigen Jahren, war damals sehr erfolgreich. Dann war es ziemlich still um den DDR-Fußball und in diesem Jahr, so scheint es zumindest, macht man wieder von sich reden. Denn nicht nur mit der Nationalmannschaft, die bereits fast für die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert ist, sondern auch in den europäischen Pokalbewerben sind alle Mannschaften der DDR in der ersten Runde weitergekommen. Schade. Rau. Und wenn Sie sich jetzt einblenden und dieses Spiel sehen, meine Damen und Herren, dann nehmen Sie vielleicht an, dass die Spieler in den hellen Trikots die Spieler von Bayern sind, denn so spielt man eigentlich zu Hause. Man müsste das Spiel machen. Das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich das Umgekehrte. Dynamo Dresden macht das Spiel. Und wunderbar gemacht von Schade. Und Meier. Sobel. Hoeneß, Hoeneß, Helm, Beckenbauer, aber auch seine Schüsse aus der Etappe, die kommen heute nicht so, wie man sie sonst von ihm kennt, er trifft momentan nicht einmal das Tor. Es ist ein sehr interessantes Spiel, das spielt aus Dynamo Dresden, ihr zeigt ein unorthodoxes Spiel, ein Spiel einer Mannschaft, auf die man sich sicherlich sehr schwer einstellen kann und auch andere Mannschaften tun sich gegen diese Mannschaft schwer und ich glaube, dieses heutige Spiel, meine Damen und Herren, das macht uns erst klar, weshalb Juventus Turin ausgeschieden ist, denn auch ich habe mir eigentlich gedacht, das war eine Überraschung, aber ich glaube, mit diesem Spiel hat man auch die Italiener zu große Probleme gehabt, dieses nicht schnelle Wechseln der Aktionen und dieses mannschaftsdienliche Spiel. Hadewitz, Achtung, Hoeneß, große Möglichkeit für Hoeneß, wieder Hoeneß, warum schießt er eigentlich nicht, warum spielt er da, vielleicht fragt ihn Gerd Müller das an, nein, er schickt mit dem Schiedsrichter, Gerd Müller reklamiert beim Schiedsrichter, es gibt einen Eckball für Bayern München, es ist dieses Eckball Nummer 5, Boden, Zwetzlich, Sigmar Wetzlich, Hansen, Hadewitz, Hadewitz bringt doch etwas mehr Druck als Gersdorf, Beckenbauer, Dürnberger Hansen, Schwarzbeck. Und das Geheimnis des vorläufigen Erfolges liegt sicherlich auch in der Tatsache, dass hier eine Mannschaft mit elf Spielern am Werke ist, ohne Stars, ohne besondere Schlüsselspieler, auf die das Spiel einzig und allein zugeschnitten ist, das Gegenteil auf der anderen Seite, alles läuft über Beckenbauer, Hoeneß und Müller und diese Spieler kann man einfach dann viel leichter ausschalten. Müller wird von Wetzlich bisher ganz ausgezeichnet beschattet, macht wenig Stich und auch Hoeneß macht nicht jenes Spiel, das man erwartet. Wetzlich, vielleicht sind es bei Uli Hoeneß doch noch die Nachwirkungen einer Grippe, die er erst verstanden hat, sicherlich mit Hilfe von Spritzen, denn anders wäre es kaum möglich gewesen da vor zwei Tagen und mit relativ hohem Fieber im Trainingslager in Rottachegern im Bettland. Aber wen hätte Lattrig anstelle von Hoeneß aufstellen sollen? Wetzlich und Meier. Das war jetzt eine jener Situationen, bei der mit schnell sieben Spieler von Dresden gegen fünf Bayern immer in der Hälfte von Bayern München und vor allem am Strafraum waren. Ganz ihrer. Ein unauffälliger, aber umso umsichtiger Spielgestalter. Nicht jener Mann über den alle Aktionen laufen müssen, aber vielleicht ein Spieler, der dann, wenn er angespielt wird, einfach genau weiß, was er will und alles, was er dann macht, hat Hand und Fuß von ihm, gingen immerhin die ersten, ah das erste und das dritte Tor aus. Sachse. Maja. Etwas, das Sie nicht sehen können, aber das vielleicht auch interessant ist, möchte ich Ihnen sagen, außerhalb des Spielfeldes werden seit Beginn der zweiten Spielhälfte zwei Spieler von Dynamo Dresden auf und ich glaube also, Trainer Walter Fritsch will diese beiden Spieler dann in der letzten Viertelstunde oder in der letzten 20 Minuten einsetzen. Aber jetzt hofft man. Und Tor, Ausgleich, Ausgleich, Torschütze Bulle Roth. Roth, Ausgleich zum 3 zu 3. Ja, endlich hat es einmal geklappt und Roth hat für Bayern ja schon sehr wichtige Tore geschossen, sein wichtigstes seinerzeit im Finale des Europapokals. Der Pokalsieger gegen Glasgow, 27. Spielminute, Ausgleich zum 3 zu 3. In Nürnberg hat es damals im Nachspiel Roth das einzige Tor gegen die Glasgow Rangers geschossen, was Bayern einen Erfolg im Europacup der Pokalsieger gesichert hat. Also im Pokalsiegerbewerb war Bayern erfolgreich, im Meistercup hingegen war die Bayern bisher immer nicht sehr erfolgreich. In dem ersten Jahr, wo sie dabei waren, sind sie ja gegen die französische Mannschaft Sao Etienne schon in der ersten Runde ausgeschieden. Geier, Fehlschuss. Beim ersten Mal also schon an Sao Etienne gescheitert in der ersten Runde. Beim zweiten Mal in der vorigen Saison gab es wohl Erfolg in den ersten beiden Runden gegen relativ schwache Gegner. Gegen Galatasaray Istanbul und gegen Omonia Icosia. Dann in der dritten Runde, die erwartete Kraftprobe Bayern gegen Ajax Amsterdam. Und nach dem 0 zu 4 in Amsterdam bereits das vorzeitige Out, der Halvorkes Sieg, der knappe Sieg im Rückspiel in München. Nichts mehr als auch im zweiten Jahr ausgeschieden. Nach heuer also Mühe in der ersten Runde gegen Ott Witterberg. Und hier, Sie sehen es ja selbst bisher, größte Probleme gegen Dynamo Dresden. Und von Torhüter Boden gerade noch mit einem unwahrscheinlichen Reflex, beinahe ein Eigtor über die Lande gedreht. Jedenfalls Eckball für Bayern durch. Nach einem Schuss aus dem Hinterhalt wurde ein Spieler von Dresden angeschossen. Er hat den Ball in Richtung Tor gelenkt und Boden, der schon am Boden war, hat noch einmal reagiert. Geier. Beckbauer. Schwarzbeck. Ja, jetzt hat sich Bayern wieder gefangen. Schwarzbeck. Dürrenberger. Ja, jetzt läuft's. Beinahe. Das 4 zu 3. Uli Hoeneß. Mit einem wunderschönen Kopfball. Post wendend kommt natürlich auch jetzt wieder Stimmung ins Olympiastadion. Und in Bayern bleibt also noch gut eine Viertelstunde Zeit, eine Viertelstunde zu einem Schlussfinish, zu einer Schlussoffensive. Denn an einem gewissen Vorsprung wird sich Bayern für das Rückspiel in Dresden in 14 Tagen hier wohl herausschießen müssen. Hefner. Beckbauer. Hefner. Zobel. Boden. Gut gemacht gegen Halibitz. Schiedsrichter Davidsen gibt hier Freistoß. Freistoß zugunsten von Dynamo Dresden. Das gab hier, man hat's ganz kurz gesehen, so eine kleine Kontraverse zwischen Willi Hoffmann und zwischendurch. Der Boden mit der Nummer 12 kommt Riedl ins Spiel. Riedl, jener Mann, der an und für sich von Beginn an hätte dabei sein sollen, der aber aufgrund einer Verletzung noch einen Trainingsrückstand hat, wurde von Trainer Fritsch deshalb vorerst zurückgehalten. Und er spielt jetzt der Schlussviertelstunde anstelle von Linkshausen Sachse. Und Riedl ist also ein kraftvoller Spieler, ein richtiger Marschierer und für ihn erwartet man also, von ihm erwartet man sicher, dass er also jetzt durch neue Kraft den Ball also hält, dass er also Entlastungsangriffe aufbaut. Der hat sich ja auch lange genug auffärmen können, eine halbe Stunde praktisch. Und hier haben wir bereits Riedl, Rau und Eckball für Dynamo Dresden, es ist das Eckball Nummer 4. Heidl wird also sicherlich gewinnen wollen, allein schon deshalb, um Präsident Wilhelm Neutegger ein Geburtstagsgeschenk zu präsentieren. Der langjährige Präsident von FC Bayern München, Wilhelm Neutegger, wurde nämlich heute 60 Jahre alt und in Versailles sowohl das größte Geburtstagsgeschenk. Er steht Bayern München schon seit dem Jahr 1962 als Präsident vor und hat sicherlich schon alle erhöhten und aber auch einige Tiefen dieser Mannschaft mitgemacht. Beckbauer Thürmer Dürnberger Dürnberger Hönes Müller 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 Ja, jetzt hat er es wieder einmal gezeigt, wie er das kann, wie es fast nur er kann, in dieser Art, dieses Umdrehen, mit dem Rücken zum Tor und aus der Drehung schießen. Hefner. Fünfter Eckball für Dynamo Dresden, damit Gleichstand auch bei Eckbällen, also nicht nur im Resultat, auch bei Eckbällen, Eckbällen 5 zu 5, im Resultat vorerst 3 zu 3. Der Prestigekampf der beiden deutschen Fußballmeister steht also vorerst unentschieden, aber ein Unentschieden mit klaren Vorteilen, für Dynamo Dresden Vorteilen, insofern eben Dresden ja hier in München spielen muss heute. Und wer auswärts gegen Bayern München einen Unentschieden hält, der kann sich fast als ein internationaler Sieger fühlen. Aber warum kann es natürlich nicht am Bayern München spielen ebenso machen, oder vielleicht auch noch besser. Hadewitz. Schwarzenbeck. Oh, gut angemessen, dieser Kopfball von Schwarzenbeck, damit sechster Eckball für Bayern München. Uli Hoeneß. Hans. Und Boden. Ah, jetzt tut sich viel im Strafraum. Dynamo Dresden und Bayern drückt und drückt alle Spiele in der Hälfte von Dynamo Dresden. In den letzten 10 Minuten. Geier. Hadewitz. Müller. Er wollte sich wieder umdrehen, aber abgepfiffen von Schiedsrichter Tewitzel. Nummer 5. Wetzelig, ja, das ist der Bewachter von Müller, liegt am Boden. Vielleicht hat ihm Gerd Müller mit dem Elbbogen ein kleines Reiberl erteilt, wie er sich umgedreht hat. Vielleicht unabsichtlich, eben in der Aktion. Vielleicht schittert er war, wetzelig, die Zeit. Denn jetzt spielt für Dynamo Dresden zweifellos die Zeit in dieser Druckwelle von Bayern München. Rot. 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 Aber jetzt läuft das Spiel der Bayern. Rot. Rot. Boden. Aber dennoch das, was eine große deutsche Zeitung in ihrer Schlagzeile gesagt hat. Auf dieses Spiel haben wir 25 Jahre lang gewartet. Das ist sicher nicht so eingetreten, wie man es sich erwartet hat. Das glanzvolle Spiel. Pönes. So hat man es sicher nicht erwartet. Man wollte mehr von Bayern sehen. Wenngleich die Münchner jetzt in der Schlussphase in den letzten 10, 15 Minuten mit viel Elan, mit viel Druckspielen, um jeden Preis hier noch zu gewinnen. Müller. Müller. Und Boden. Na, hier gab es sicherlich eine Regelwidrigkeit. Man hat ja gesehen, es ist ein hautnahm Kampf zwischen Wetzlich und Müller. Einer hat den anderen behindert. Müller hat gestoßen, Wetzlich hat gezogen. Also beide haben hier sich praktisch festgeklammert. Fast wie im Klinsch. Aber jetzt hängt ein Tor für Bayern, das mögliche Siegestor in der Luft. Also eindeutige Überlegenheit von Bayern jetzt in der Schlussviertelstunde. Und Freistoß für Bayern. Und Freistoß für Bayern. Dürnberger, Dürnberger, Zobel. Und Tor, Tor. Gerd Müller, Gerd Müller, Gerd Müller, 4 zu 3 für Bayern München. Endlich also auch Gerd Müller in letzter Sekunde fast. Wenige Minuten vor Schluss zu spielen. Nur etwa 5, 6 Minuten noch hier im Olympiastadion. Und Gerd Müller hat hier eine Unachtsamkeit von der Abwehr Dynamo Dresdens ausgenutzt. Zum 4 zu 3. Ja, sieben Minuten noch zu spielen. Und Bayern München führt mit 4 zu 3 gegen Dynamo Dresden. Torschütze Gerd Müller. Und mit Nummer 13 kommt ins Spiel jetzt Schmuck. Schmuck ins Spiel bei Dynamo Dresden. Für die letzten Minuten. Aus dem Spiel die Nummer 10 Rau. Also ein unwahrscheinliches Spiel mit so vielen Toren. Sieben Tore in einem Europacup-Spiel von zwei Spitzmannschaften hat man wohl selten gesehen. Ich glaube, meine Damen und Herren, Sie zu Hause sind heute auf alle Fälle auf die Rechnung gekommen. Denn es war ein Spiel, das sehr viele und sehr verschiedene Gesichter gehabt hat. Eine starke Überlegenheit der Bayern zu Beginn. Dann die kalte Dusche durch den Treffer von Dresden. Aber es geht weiter mit rollenden Angriffen von Bayern München. Hoeneß, Schwarzenbeck, der verschießt. Ganz freier, der verschießt. Ja, um das Spiel weiter zu sezieren. Dann die überraschend kluge Einstellung von Dynamo Dresden in der Folge. Aber dennoch kam Bayern dann zum 2 zu 1. Und dann zwei Treffer von Dynamo Dresden zum 3 zu 2. Und dann das fulminante, kraftvolle Finish von Bayern München. Nach dem Ausgleich von Rot, der quasi also die Schlussoffensive eingeleitet hat. Jetzt das 4 zu 3. Das durchaus verdiente 4 zu 3 für Bayern München. Denn in den letzten 10 Minuten hingen Tore für Bayern München. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft. So wie die Trauben momentan in unseren Weingärten. Boden. Hoeneß. Und Boden. Er hat jetzt alle Hände voll zu tun. Und tatsächlich hat also Trainer Fritsch die beiden Spieler, die sich vom Beginn der zweiten Spielhälfte an aufgewärmt haben, eingesetzt. Schwarzbeck. Schwarzbeck. Beckenbauer. Schwarzbeck. Und Müller. Und Boden. Na jetzt plötzlich in den letzten Minuten, da wird Gerd Müller brandgefährlich. Jetzt kann er sich von seinem Bewacher von Wetzlich lösen. 4 Minuten noch zu spielen. Es geht unentwegt weiter mit Angriffen von Bayern München. Alles in der Hälfte von Dynamo Dresden. Es sind ja fast alle 22 Spieler bereits am Strafraum, am 16 Meter Raum von Dynamo Dresden. Beckbauer. Hoffmann. Wieder große Möglichkeit. Und Eckball. Eckball Nummer 7 für Bayern München. Hoeneß. Und Außennetz. Und jetzt zeigt es sich doch, dass also in der Schlussphase Bayern München mehr Kräfte mobilisieren kann als Dynamo Dresden. Fast überraschend. Überraschend deshalb, da die Bayern doch wesentlich mehr beansprucht wurden durchs Spiel in den letzten Wochen als Dynamo Dresden. Aber die Kondition ist bei Bayern zumindest das, was man jetzt hier auf dem Feld sieht, besser. Die Spieler geben sich wirklich voll aus und das, was sie vielleicht Dürnberger, Schwarzenbeck und Schade. Das, was Bayern München vielleicht vor einem Jahr in seiner besten Form durch spielerische Eleganz hier gemacht hätte, das macht man jetzt wenigstens in der Endphase durch hundertprozentigen Einsatz. Dieser Kampfgeist und dieser Einsatz machen doch spielerische Mängel, die es heute klar gegeben hat, einigermaßen wett. Und dieses 4 zu 3 lässt nun doch, wenn es dabei bleibt, für Bayern München, für das Rückspiel noch einige Möglichkeiten offen. Von denen Umentschieden würde er damit bereits in Dresden genügen, um in die nächste Runde zu kommen. Und auch für die deutsche Sportpresse und vor allem für das Publikum ist also doch hier eine Ordnung einigermaßen wiederhergestellt. Der erste Prestigekampf im deutschen Fußball wird also zugunsten, es schaut jedenfalls fast so aus, der Bundesrepublik ausgehen. Aber drei Auswärtstore sind für Bayern doch eine schwere Hypothek, denn ein 1 zu 0 von Dresden wäre wiederum für Dresden bereits im Rückspiel genug. Die Leistung von Dynamo Dresden hier war für uns alle doch irgendwo überraschend. So stark hat man die Mannschaft sicher nicht eingesetzt. Noch eine Minute zu spielen, man denkt hier unwillkürlich an die große Zeit von Dresden. Zum Dresdener Sportklub, der allerdings nicht ident ist mit Dynamo Dresden, aber der in den Kriegsjahren die stärkste deutsche Mannschaft überhaupt war. Und in dieser Mannschaft damals hat Helmut Schön gespielt, der heutige Teamtrainer der Bundesrepublik Deutschland. Zweimal wurde die Mannschaft nämlich Meister der Dresdener SC 1943 und 1944. So eine Minute hat also Bayern München noch Zeit, um ein zweites Tor zu erschießen, um also mit einem zwei Tore Polster nach Dresden zu fahren. Beckenbauer, Müller, Riedl, jetzt ist alles versammelt am Strafraum von Dynamo Dresden. Dürnberger, Beckenbauer, Dürnberger, Hansen, Fehlschuss von Hansen. Hansen, Beckenbauer und Schlusspfiff von Schiedsrichter Debitzy. Meine Damen und Herren, es war kein ganz großes Spiel, das wir gesehen haben. Dazu fehlte doch der spielerische Glanz von Bayern München. Aber es war ein dramatisches Spiel und ein Spiel mit vielen Toren, das mit 4 zu 3 für Bayern München endete gegen Dynamo Dresden. Damit also Ende des ersten deutschen Gipfeltreffens im Fußball-Europacup. Bayern München schlägt Dynamo Dresden mit 4 zu 3, nachdem zur Halbzeit noch Dynamo Dresden mit 3 zu 2 in Führung lag. Und damit verabschieden wir uns aus dem Münchner Olympiastadion. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Empfang. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend.